Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Rechtsanwältin Dorothea Seufer-Dittes hat immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Mit der erfahrenen Rechtsanwältin aus Eggenstein-Leopoldshafen an ihrer Seite lohnt sich ein positiver Blick in die Zukunft. Frau Seufer-Dittes ist sowohl Fachanwältin im Familienrecht als auch im Erbrecht und verfügt darüber hinaus über eine Ausbildung als Mediatorin. Sie betreut sie nicht nur zuverlässig in Sachen Strafverteidigung, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfahren, sondern kennt sich zudem bestens im allgemeinen Zivil- und Vertragsrecht aus. In all diesen Bereichen sind sie bei ihr in den besten Händen. Als Mediatorin versucht sie mit viel Einfühlungsvermögen außergerichtliche Lösungen zu erzielen. Rechtsanwältin Dorothea Seufer-Dittes. Lassen Sie sich persönlich beraten und effizient vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017